Diese Woche ist sehr kurz alles gehalten. Sagt mir, wie euch das gefällt. Zum Wochenstart gibt es einen Smoothie. So, gestern tatsächlich nichts weiter gegessen als den Smoothie, weil ich am Sonntag und am Samstag Grillen hatte und da relativ viel gegessen habe und da wirklich eigentlich komplett fasten wollte. Aber morgens hatte ich dann doch so ein bisschen Appetit und habe es dann auf den Mittag rausgeschoben und dann den Smoothie getrunken. Aber dann halt nichts mehr. Und ja, heute ist Dienstag und heute beginnt der Tag auch wieder mit einem Smoothie. Und zum Abend gibt es einen Salat mit ganz vielen verschiedenen Gemüse, Öl, Essig, Salz und Pfeffer. So, und jetzt gibt es Bananeneis mit Walnüssen und Blaubeeren und Dattelpaste. Das ist einfach nur Dattel gepüriert. So, ich laufe gerade 15 Kilometer. Und übrigens bei Strava habe ich mich für sie angemeldet. Also laufen, wirklich laufen. Und dann habe ich mir jetzt so bei Edeka so einen Apfel, Ananas, Kiwi, Traube, Limettensaft geholt. So ein Direktsaft ist leider pasteurisiert, aber naja, man nimmt, was man kriegen kann. So, heute ist Bananeneistag. Jetzt gibt es hier noch eine Riesenportion Bananeneis. Also das ist richtig viel Bananeneis. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht. Auf jeden Fall, ja, morgens Bananeneis. Dann mittags halt, das ist, ähm, diesen 1 Liter Fruchtsaft und abends wieder Bananeneis mit gekeimtem Buchweizen. Allerdings diesmal, weil ich wieder zu Hause bin. Und ja, die Hanna hat ja keinem Buchweizen, kein Crunch-Effekt. Und ich habe auch noch ein paar Dattelstückchen mit reingemacht. Ja, und das ist heute ein ziemlicher Obst da gewesen. Dadurch, dass ich auch viel unterwegs gewesen bin, konnte ich die Energie auch vor Stoff wechseln. Und alles gut. Und zum Morgen gibt es wieder ein Smoothie. Jetzt gibt es wieder ein Smoothie. Ich mache jetzt, ich habe ihn jetzt mal gemixt, damit ihr ihn auch gemixt seht. Ja, sieht halt einfach nur aus wie Pampach. So, und jetzt gibt es ein paar Paranüsse und Algen. Das ist jetzt die dritte Hand. Ich würde sagen, so 3-4 Hände von dieser Kombination. Immer so 3-4 Paranüsse und eine so eine große Kälbalge. Nein, nicht Kälbalge, sondern Vakama. So, meine erste Kirchenernte dieses Jahr. Und zwar ist hier ein Nachbar, der seinen Garten nicht mehr pflegt. Und da sind halt sehr viele Kirchen, also ein große Kirschbaum. Und ja, und dann, wir haben gerade gewogen, 4 Kilo Kirchen, die ich sozusagen jetzt heute und morgen essen werde. Und wieder zum Morgen ein Smoothie. Also eine richtig schöne, geile Woche gewesen. Alles Rohkost und nicht so viel gegessen. Ja, freue mich. Mal sehen, kommt natürlich heute noch wahrscheinlich ein bisschen was dazu. Aber ja, war echt eine tolle Woche bisher. Ich bin ein bisschen auf dem Banane-Eistrip. Nur, dass ihr mal wisst, wie viele Bananen es ungefähr sind. Also das sind die Bananen, die ich jetzt hier eingefüllt habe. Das sind ungefähr 8-9 Bananen, die ich jetzt esse. Und auch von den Kalorien her. Also ich habe mir ausgerechnet, das Projekt kennt ihr ja. Das habe ich mal getestet, ja, 2 Wochen. 1.800 Kalorien ist meine Energie. Die brauchen mein Gewicht zu halten von rund 100 Kilo. Und ja, und das Smoothie früh ist halt meistens so 1.000 bis 1.300 Kalorien. Und die Bananen haben jetzt hier ungefähr 8-900 Kalorien. Das heißt, durch die 2 Mahlzeiten habe ich quasi schon alles gedeckt. Sowohl an Nährwerten, Mikronährstoffen, als auch an Makronährstoffen. Und genau, und das ist sozusagen meine zweite Mahlzeit. Bananen-Eist. Und da kommt sogar noch Buchweizen drauf. Gekeimter Buchweizen. Ja, und damit habe ich schon fast zu viele Kalorien dafür, dass ich mein Gewicht eigentlich, ja, halten will und nicht zulegen will. Und zum Abend haue ich mich nochmal richtig voll mit Kirschen. Da sind ja 4,5 Kilo. Aber ich werde natürlich die 4,5 Kilo nicht essen, sondern ich werde einfach reinhauen, bis ich nicht mehr kann. Habe ich im Garten gepflückt übrigens. Bis zum nächsten Mal.